hallo ich nehme da was raus hallo und herzlich willkommen hier zurück bei minecraft so meine freunde ich habe hier irgendwas rausgenommen mach mal wieder rein wenn ich weiß wo irgendwo kommt es rein egal ja bist du weiß hier hier okay gut wir haben es geschafft letztes mal wir sind aus der schmiede rausgekommen nehmen wir mal ein bisschen papier mit dem rahmen sagen wir da so viel papier okay wir gehen mal kurz runter holen uns ein bisschen papier und dann werden wir wie versprochen werden wir uns kümmern damit wir noch ein bisschen und das werkzeug und waffen herstellen natürlich wahrscheinlich alles da rein und da liegt eisen direkt vor der türe da machen wir uns doch mal ein bisschen papier draus dann werden uns gescheites werkzeug herstellen das geht ja nicht mehr so weiter und eine ein schwert weil das mit normalen schwert alles schon gut aber wenn da unterwegs das schwert kaputt geht so wie unsere höhlen tour haben wir ein echtes problem so papier hier war es so okay okay wir machen als erstes da haben wir noch fünf starten okay als erstes machen wir uns nicht mehr mit egal wir haben hier drin eigentlich sehr gut ausgeleuchtet und ja gut schauen wir mal ins bücheln rein so scharf glück blablabla kurz bohgón flattenscheid counsel ok guck mal hier mal steht da da bei wie viel damage about average damage but slower medium damage nochmal weiter ok was haben wir da noch ein Hackball das ist langsam ok wir brauchen ich würde sagen ich mache mir ein hackbein lieber wie hätte ich da kriegen auch köpfe warum nicht wenn wir schneller haben wollen mach mal ab ist drauf oder wieder finden gut fangen wir nehmen uns jetzt mal hoch steil schablone wir brauchen werkzeug es will ich mal schauen hier ich möchte ein hacken weil ich das hier nicht bauen oder wie oder was ist ein schwert langschwert breitschwert gestoßdägen ach ich weiß warum ich mir das nicht bauen kann warte werkzeug esse brauchen ein werkzeug es werkzeug es hier eine stahlplatte warte mal stopp ok wir bauen uns das erste normales langschwert das kann man hier bauen entstoßdägen entstoßdägen eine spezielle angriffe ausgelegt und die beine zu besiegen ok mehr brauchen ein werkzeuggriff eine schwertklinge und kreuzschützer ok oh mein gott das hier brauchen wir ich muss nur mal gucken wie das aussieht so das hier haben wir ja oder ein werkzeuggriff wir brauchen hier noch das hier ich hoffe es stimmt so und dann Werkzeugteilehersteller machen wir das so so dann haben wir das hier und da werden wir uns jetzt gleich mal die Gutsform herstellen mit Gold da haben wir Gold ausgewählt einmal ich hoffe das stimmt auch alles ok das haben wir nein was mache ich warum kann ich dich da rein schmeißen wieder ja so das hier wollen wir haben ok schön wir brauchen noch das hier ja Eisen wie stimmt das alles ok dann kommst du drauf dann machen wir das mal komplett aus Eisen und du kommst drauf dann haben wir auf jeden Fall mal ein Schwert wo wir dann auch reparieren können so gut jetzt gucken wir mal ob wir das zusammen kriegen das hier wollte ich haben du 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 jawohl was kann man da noch drauf machen Redstone da ist es nämlich ein klein wenig schneller so sieht zwar komisch aus aber egal gut dann scheiße den Hammer können wir uns nicht bauen also das mit drei Tagen aber das hier wärmer aber das hier wärmer ist ein außerdem außerdem was ok warte mal ist ein warte mal weiß ich es nicht ich wir müssen auf jeden Fall ne wir lassen es erst mal ich kann jetzt da nicht ich möchte da jetzt nicht irgendwie einen Husch bauen und nachher funktioniert es nicht wir machen jetzt wir haben auf jeden Fall mal ein äh wie heißt es ein Schwert gut ich möchte doch ein Regal haben ähm fünf ja toll reicht wieder nicht ähm drei man das fehlt aber auch überall ey gut wir gehen mal schnell schlafen dann gehe ich mir mal ein bisschen Fichtenholz holen so 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 mhm so so mhm so so dann haben wir hier ein bisschen so pflanzmattig neu ein hier so ja so wie weit man damit kommen da kommen wir wohl Entschuldigung wir hol dich hier auch noch und pflanze sehr schön sehr schön ok so dann machen wir hier folgendes ähm zack Regal Re ok so dann können wir nämlich das da äh auch ein bisschen Ordnung halten so gut das haben wir was wollten wir jetzt als nächstes machen wir wollten wir gucken in unser Questlog mal rein genau weil ich habe ja versprochen wir machen ein bisschen technisches Zeug so holen wir mal das raus mit Tingo warten wir mal ein bisschen weil ich nämlich gerne nach Möglichkeit mal anfangen würde mit dem hier mit dem hier das heißt wir brauchen ein Coke Brick und einen Engineering Hammer also ein Coke Brick gucken wir mal darum habe ich auch so viel Ton gesammelt ich hoffe das reicht ein Coke Brick 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 ein Block of Coal da wir brauchen nämlich Sand, Ton und Ziegel das bedeutet wir werden uns jetzt mal einen kompletten Stack Ziegel machen habe ich da was an Ziegel drin den werden wir schon mal vorbereiten und die holen wir mal raus so du kannst schon mal brennen und ja wir machen uns jetzt noch eine Tinkerschaufel so lang dann gehen wir mal los und holen Sand so eine Tinkerschaufel äh das können wir hier gucken eine Schaufel ein Werkzeug kriegt eine Schaufelkopf und eine Bindung haben wir eine Bindung wir haben eine Bindung hallo danke das ist eine Bindung ja das brauchen wir nur noch einen Schaufelkopf das ist das hier ok und wir brauchen diesen Werkzeuggriff so den Werkzeuggriff machen wir aus Papier aus Papier warte mal so kann man das so machen ja 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 so und dann machen wir das so und so das lassen wir mal da drinnen liegen und dann das hier brauchen so und dann müsst ihr noch leere das ärgert mich das ärgert mich das ärgert mich das ärgert mich ja das hier und dann brauchen wir noch das hier ach ne das brauchen wir ja nicht egal ja eine kaufe dich und dich und dich wollte ich und dich und dich mal machen wir da auch gleich redstone drauf das was wir noch da haben ok ok das kommt ins Regal zack ja das legen wir auch so gut dann holen wir uns zack 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 mhm da ist ein hammer dabei und los geht's ich habe die rücke immer noch nicht gebaut ich habe jetzt aber keine luste an der rücke zu bauen ich möchte jetzt einfach mit sand haben ah ouch so ähm wir steigen ab und schwimmen da rüber dass er aufkommt wir haben keine zeit nein nein ach ich wollte eigentlich schneller halten ähm da lange so oh manch sand dann werden wir da mal wieder eine fest erledigen hallo Dorf nein da wäre aber fast runtergefallen ok folge ist rum bis zur ah nein 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 da geht's da holen wir Sand wir holen uns noch Sand und dann machen wir die Folge zu Ende so da muss doch irgendwo rüber gehen so 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 guck mal da sind wir gestorben in unser höheneingang ist weiß geier wo so da holen wir sand und meine freunde ich baue hier jetzt sand ab sind es eine in dem so viel mit wie es geht ich bedanke mal bei euch das zusehen bis zum nächsten sandstein hallo schon kaputt oder was ich habe nicht mal ich habe gut okay egal wir sehen uns in der nächste folge ist für dunkel ich hätte mich herumschlagen und will es dann schau 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 Untertitelung des ZDF, 2020